Hallo und willkommen zurück zum Pebem 172, dem kriegerischen Pebem mit dem Käpt'n, dem griechischen. Wir sind in Runde 128 und dies wird wieder ein Double Feature werden. Runde 128, Runde 129. Wir ziehen nämlich weiterhin wahnsinnig schnell. Und gleich die wichtigste Nachricht zuerst. Wir haben Navigation und wir haben hier recht viel Überschuss, dass wir sogar direkt danach die Ritterlichkeit nehmen könnten. Da sind nämlich dann schon 214 und die werden wir auch nehmen. Man sieht ja hier den Überschuss und 1, 2 Runden, da haben wir die Ritterlichkeit auf jeden Fall. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben da die Fregatten und dann wollen wir natürlich auch ein bisschen upgraden. Aber bevor wir dazu kommen, schauen wir die Ereignisse an. Ein Barbarenlager wurde in der Nähe von Tyrus entdeckt und scheint Tyrus hier zu beeinträchtigen. Das ist natürlich interessant. Müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen, ob das überhaupt passt. Und dann nehmen wir doch gleich mal hier unsere Triere. Oh, nicht unsere Triere, unsere Karavelle. Und gehen mal bis dahin und wir sehen, es ist sogar von der Küste aus beschießbar. Das macht es natürlich umso schöner, weil dann kann ich ja mit ein paar Schüffchen da auch hin. Ja, können wir doch ein bisschen trainieren gehen. Sorgen wir gleich mal dafür. Trainieren und zwar hier diese Galeassen. Frisch gebacken, eine neue Galeasse hier. Und hier haben wir noch eine Galeasse. Und dann gleich mal eins, zwei, drei. Drei Stück gleich mal in, äh, nicht Galeeren, in Fregatten umgewandelt. Und dann könnten die hier auch, mal gucken, wie weit es braucht. Drei Runden brauchen, äh, zwei Runden. Zwei Runden brauchen sie, bis sie dann da hinten sind. Und also in Runde 130 könnten wir da angreifen. Wunderbar. Der hier übrigens auch, oder? Ja, passt. Der hier auch. Wunderbar. Also, könnten wir sogar hier schön alles beschießen. Und damit Tyrus ein bisschen helfen. Können wir jetzt übrigens schon was Tribut fordern? Nein, können wir noch nicht. Dann müssen wir mit den Fregatten erst noch in die Nähe fahren. Gut, andere Sachen. Ja, Tyrus möchte das zerstört haben. Äh, Almaty möchte gerne orthodoxe Ostkirche. Ja, da komme ich schwer mit meiner Religion hin. Wobei, von York aus und von Vancouver aus könnte es klappen. Mal gucken, wie weit das ist. Von York sowieso. Der hat ja schon drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Das könnte vielleicht gerade so klappen. Von London, von Scheuker. Ja, könnte passen. Wir haben ja schon 18. Also, von London, Scheuker passt schon. Eins, zwei. Ja. Mal gucken. Okay. Also, könnte vielleicht doch gehen. Okay. Ileive möchte mehr Geld haben. Freundschaftserklärung mit dem Hund ist abgelaufen. Und das ist nicht so schön. Müssen wir die Freundschaftserklärung mal gleich erneuern. Zack. Irgendwas suchen müssen wir nicht. Und Schweine möchte, Guangzhou möchte Schweine haben. Trüffel. Die werden wir natürlich sofort liefern. Wir stehen hier auf dem Trüffelfeld. Drei Runden brauchen wir, bis das Jagdlager erfüllt hat. Nebenbei hier noch so ein paar andere benutzen. Ja, und was dann? Die Kultur, Sozialpolitik. Ich kann eine Sozialpolitik einführen. Was uns natürlich in Überlegungsnöte bringt. Also, entweder mehr, 10% mehr Forschung durch Rationalismus. Was ich sicherlich begrüßen würde. Oder aber hier nochmal was bei Stadtstaaten. Wobei ich das, glaube ich, nicht mehr brauche. Hier diesen Minimaleinfluss von 20. Für den Einfluss wird für alle Stadtstaaten um 20 erhöht. Dann hätte man 25. Nee. Wirtschaft, Ästhetik. Naja, Musiker, Künstler, Schriftsteller 25% schneller zu erhalten. Uffizien freizuschalten wäre sicherlich auch nicht schlecht. Ja, gut. Aber ich brauche Forschung. Sonst läuft mir hier der Mambo-Kurt im Forschungsrennen davon. Also nehmen wir Rationalismus. Und kommen damit auf 205 Forschung. Sehr schön. Da komme ich endlich mal richtig weit. Jetzt haben wir hier noch eine große Persönlichkeit. Einen. Den Karl Friedrich Gauss. Ja, ein Urgrieche. Ausgewandert nach Deutschland. Macht dann den Gausturm. Macht Höhenmessungen und so weiter. Und ja, aus Athen in Richtung Sparta. Und mittendrin fiel ihm ein, ich muss eine Akademie bauen. Auf halbem Weg zu Sparta ist ihm die Luft ausgegangen. Ja, und das Akademiebauen sehen wir jetzt natürlich wieder nicht, weil die Einheiten immer darüber zwitschen müssen. So, eine Akademie. Und die belegen wir natürlich auch sofort. Produktion weg und dafür die Akademie. Ja, aber Produktion ist eine gute Sache. Ich habe mir gesagt, ich muss mehr Kriegsmaschinen bauen. Und dann bauen wir jetzt, anstatt hier den Wachstum anzuregen, bauen wir doch nochmal schnell zwei Freibeuter dazwischen rein. Mit zwei Freibeutern nochmal den drei Galleassen der Karavelle. Hier oben dann noch den Einheiten, die wir jetzt auch nochmal upgraden wollen. Also einmal hier. Und dann einmal die hier. Die können wir aber noch nicht upgraden. Diese Runde, schade. Und die da. Die nächste Runde upgradet werden. Ja, da wollen wir dann nochmal eine schöne Flotte machen. Bilden wir nämlich schön mit sechs Fregatten. Und drei Nahkampfschiffen. Eine schöne kleine Flotte. Die auch losgehen kann. Ja, machen wir weiter. Vancouver wollte sich meiner Religion anschließen. Und wir kriegen 67 Gold nochmal dazu. Sehr schön. Mal gucken, was hat das Ausfluss aus Almaty? Jawohl. Passt sogar. Macht 27 Druck auf Almaty. Damit könnte Almaty auch von meiner Seite her schön bearbeitet werden. Und nicht nur von, äh, ja hier, Tenochtitlan-Seite. Almaty kann von meiner Seite bearbeitet werden. York natürlich auch, mit 45 jetzt sogar. Und hier Knossos wird jetzt auch von zwei Seiten bearbeitet. Ne, eins, zwei. Und von der nicht mehr, weil er hier ja das umgewandelt hat. Man sieht, äh, sieht ihn nicht mehr. Hatte er hier draufstehen. Okay. Ähm. Ich glaube, wir machen mal weiter mit dem Heimatbau. Hier nochmal eine Mine hin. Dann, dann die Straßen, die werden jetzt hier so langsam fertig. So. Den da rüberziehen. Und den hier rüberziehen. Und mit dem da rüberziehen. Und man sieht, wunderbar, nachdem das Barbarenlager weg ist, jetzt fängt er an, das Eisen hier zu kriegen. Und nächste Runde sollte ich auch nochmal sechs Eisen mehr kriegen. Missionar ist auch fertig. Ziehen wir mal an die Küste. Dann kann er nächste Runde ins Wasser. Denn hier unten ist ja Bratislava. Das wollen wir natürlich auch noch in unsere Religion aufnehmen. Gut. Und den beschäftigen wir uns später nach den restlichen Kriegen. Barbaren zum Schluss. Machen wir weiter. Bei London. Ja, bei London, ähm, ist alles abgezogen. Wir machen unseren Zwei-Fronten-Angriff. Er kommt mit seinen Reiterchen hier vom Süden. Ich komme mit meinen Einheiten vom Norden. Und der hier darf sich nochmal verschanzen und ausruhen. Der kann ein Feld vorrücken und sieht dort ein, äh, ein Mambukurt-Schwerti. Und Mambukurt ist unzufrieden. Minus zwei Prozent Kampf wegen ein Prozent Unzufriedenheit. Wir bleiben dort. Wir wollen nicht zu viel riskieren. Was machen wir jetzt hier mit diesen Einheiten? Ähm, ja, wir sagen mal, wir gehen mit der Einheit, äh, ne, wir gehen mit der Einheit nach vorne. Ein Feld. So. Und mit der gehen wir auch nach vorne. Und da dort überall nichts ist, riskieren wir mal. Wenn er hier dorthin geht, kann er von eins, zwei, drei Einheiten beschossen werden. Oder von zwei beschossen werden. Hier unten ist nämlich nichts. Vorher, da steht nichts. Gut, kann er von den zwei Feldern beschossen werden. Und ein Nahkämpfer, das hält der aus. Wenn er es macht, dann hätte ich vielleicht meine Reichweite sogar. Kann den zurückziehen. Er greift aber bestimmt nicht an. Er wird sich jetzt mal schauen. Er wird jetzt versuchen, alle eine, eine Seite abzusichern. Nämlich mit seinen Pferden. Da irgendwas zu killen, um da nicht, äh, ja, gut. Was würde ich weiterreden? Den, äh, ja, den, äh, General. Kann ich ja sogar hier rüberziehen. Bin ich mir sicher, dass das klappt hier. Wir ziehen ihn mal hier hin. Gut. Und den frischgebackenen Armbrustschützen lassen wir hier stehen. Bauen tun wir eine Begleitkaff. In zwei Runden ist die fertig. Noch bevor die Ritter kommen. Und, äh, wir sorgen jetzt schon mal dafür, dass wir hier den Fregattennachschub eben für den Westen haben. Nämlich für hier drüben. Denn, was sehen unsere Augen jetzt hier drüben? Bei Guangzhou. Einmal hat er hier natürlich Einheiten postiert. Okay. Hier ist was weggezogen. Okay. Wo ist das denn hinten? Irgendwie. Aha. Hier drüben sehe ich alles nichts. Hier über die Berge oder was? Also auf jeden Fall hat er die da stehen und die... Hm, hm. Okay. Und jetzt sehen wir natürlich auch mal die ersten Fregatten von Mambo-Court und, äh, sorgen jetzt mal dafür, dass wir erstmal auf Fregatten umstellen. Ich würde ja gern vernichten, aber dann kann ich nicht rechtzeitig upgraden und ich muss rechtzeitig upgraden. Die wichtigste Einheit nach hinten, unsere Dreier-Schuss-Einheit und jetzt sehen wir auch was da hinten los ist. Er rückt von hier hinten an, dann wird hier bestimmt auch noch was sein. Über diese Hügel, zack, 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 damit er da näher hinkommt. So. Egal. Upgraden. Admiral, Vasco da Gama, in Sicherheit bringen, nach da hinten und jetzt, welche sind wichtiger? Den nach dort bringen. Upgraden. Den nach dort bringen. Upgraden. Und das ist der, der sowieso nur eine Beförderung hat, den ich sowieso schon mal hochgeheilt habe. Den mal so. Und upgraden. Und damit bieten wir hier ein Ziel, nämlich dieses hier. Das steht exponiert. Wenn er da angreifen will, tut er das dort. Sicherlich nicht dort. Und kann er halt ruhig machen. Ja. So. Und was machen wir mit unserer Karabelle? Mit unserer Karabelle gehen wir auf Forschungstour, denn hier haben wir jetzt diese drei Ozeanfelder gesehen, mit Nahrung drin. Was bedeutet, da oben gibt es einen Stadtstaat, nämlich Bukarest. Und da haben wir Bukarest. Und das gibt uns auch nochmal 30 Gold. Tribut fordern kann ich nicht. Wir geben aber ein Schutzversprechen. Und damit wissen unsere Einheiten hier jetzt schon, wo sie hinwollen. Sie wollen nämlich hier oben nach Bukarest. Mal gucken. Dann können wir da ein bisschen erforschen. Vielleicht sind auch noch Ruinen da. Um dann dort zwischenzulanden, weil ich glaube, fast hier wird sich nicht mehr viel tun. So. Was machen wir ansonsten? Wir ziehen nochmal die Einheit so, so zurück. Damit wir hier zumindest ein bisschen mehr sehen können. Ja. Passt doch. Da der Siedler ist auch schon da von ihm, von Kualadin bald in Position. Dann sollte er doch hier bald ankommen und die Elefantenstadt gründen können. Wovon er mir erzählt hat. Jo, ich glaube, viel mehr gibt es dann nicht zu tun. Äh, Wald abholzen. Halt, Moment mal. Was machen wir denn hier? Hier wollen wir doch auch noch ein bisschen spionieren. Bei Tenochtetlan. Also, nicht, ne, nicht bei Tenochtetlan. Bei Texcoco. Da ist keine Fregatte. Da ist auch keine Fregatte. Immer noch nix. Immer noch nix. Und dann setzen wir uns direkt davor und blockieren ihm zwei Felder. Okay, dann sind seine Fregatten, wie viele es auch sind, ich glaube, es sind fünf oder sechs. Fünf und zwei im Bau. Genau. Sieben Eisen hat er weniger. Fünf. Eine haben wir hier schon gesehen. und die werden sich hier wahrscheinlich entlang schlängeln, so. Oder hier irgendwie zusammenstehen. Also. Da wird es bald krachen, kommende Runde. Eine Sache habe ich natürlich vergessen, den Barbaren hier anzugreifen. Und das machen wir jetzt. Damit das Lager schön eingedampft wird. So. Habe ich hier irgendwas übersehen? Einheit oder was? Ne, passt doch. Alles klar. Ja, und dann gehen wir weiter in Runde 129. Und was sehen wir in Runde 129? Viele Ereignisse. In unserem Gebiet wurden Gegner gesichtet. Gehen wir gleich mal hin. Und sehen das, was ich so befürchtet habe. Eine große Truppe von Nahkämpfern. Ein, zwei, drei, vier. Begleitet von einem Tribok. Und zwei Fregatten, aztekische, die aber unbefördert sind. Sind jetzt hier. Und wollen wohl Guangzhou da ein bisschen den Garaus machen. Und er hat sich leider nicht näher an die Stadt herangetraut. Hätte er sich näher herangetraut mit den Fregatten, hätte ich hier nochmal ein bisschen mehr auf die Fregatten eingehen können. So, naja, wird es wohl nur was werden mit irgendwie einem Tribok oder so. Aber dazu später mehr. Wir sehen in der Heimat noch weitere Sachen. England und Indien haben eine Freundschaftserklärung unterzeichnet. Die wollen wohl auch bald Geld austauschen. Tjualadin hat meine Freundschaftserklärung akzeptiert. Und das bringt uns zur Kulturübersicht. Einfluss auf andere Spieler. England habe ich jetzt 25% mehr Einfluss, weil ich eine gemeinsame Religion mit ihnen habe. Und mit dem Hundenreich habe ich sogar 50% mehr Einfluss, weil wir offene Grenzen haben, einen Handelsweg. Tja, und gemeinsame Religion, daran arbeite ich noch. Wenn wir eine gemeinsame Religion haben, denn dann kriege ich nochmal 25% dazu. Und das sind dann 75%. Dann könnte ich schon bei 11 Stück, 10 oder 11 von den Punkten hier sein, ne? Wunderbar. Einfluss. 5, 1. 3, 4. 4, 4, 9, 3, 7 und 2, 1. Aztekenland am wenigsten. Joa. Gut, was haben wir sonst noch hier? Eisen kriegen wir jetzt von Kabul. Wunderbar. Ein Barbarenlager ist bei Bukarest aufgetaucht. Okay. Sehr schön. Kommen wir doch mit unseren Einheiten hier genau richtig. Und Bukarest möchte das Barbarenlager auch gerne zerstört haben. Und dann Knossos ist gewachsen. Jawohl. Knossos, unsere Küstenstadt hier mittendrin. Ja. Ja. Wunderbar. Dann können wir jetzt das alles einrichten. Sind wir soweit. Hafen in sieben Runden. Dann können wir irgendwann, kurz bevor der fertig wird, auch mal drüber nachdenken, den Hafen zu machen. In vier Runden wächst die Stadt schon wieder. Also Wachstum ist auch gegeben. Wir sind jetzt bei sage und schreibe 225 Forschungspunkten. Und die helfen uns natürlich enorm. Ritterlichkeit haben wir fast vollständig. 446 zu 487. Joa. Sieht doch gut aus. In der Heimat werden wir hier nochmal schnell die ganzen Bautrupps befähigen. Eine Straße fertig anbauen. Hier können wir den Wald abholzen. Dann wird nämlich Jerusalem Day Künstlergilde schneller fertig. Und ab nächster Runde kann ich hier dann auch Künstler erzeugen. Und ab nächster Runde kann ich hier sogar auch wachsen und dann vielleicht sogar einen Künstler oder eher einen Professor in die Universität einstellen. Einen Wissenschaftler. Keinen Künstler einstellen. Künstler wäre auch sicherlich nicht schlecht. Dann kriege ich auch mal ein paar Künstler. Aber die kann ich auch später noch gut gebrauchen. Und wenn das Reich größer ist, dann wirken die großen Zeitalter noch besser damit. Oder noch mehr, äh, ja, noch mehr, äh, hier, große Werke platzieren. Große Werke kann ich ja auch benutzen, wenn ich dann mal, äh, ja, warum sollte ich eigentlich die Künstler dafür benutzen? Die Künstler kann ich doch auch für Gears benutzen. So, die Einheiten hier noch ein bisschen ziehen. So, so. Den ins Wasser. Den ziehen wir bis dort ran. Und jetzt, äh, ja, das machen wir später. Und, ähm, ja, in Athen können wir nämlich auch wachsen. Und dann, indem wir dieses Feld durch das belegen. Nein. Doch, durch das belegen. Und indem wir noch die... ...Werkstatt... ...wohin tun? Das belegen. Damit kann ich wachsen. Nächste Runde kriege ich das. Und dann kann ich die Werkstatt wieder einstellen. Den großen Ingenieur hänge ich nicht so hinterher, wie bei den großen Wissenschaftlern. So klappt's auch. Habe ich noch mal eine Runde gespart. Und dann jetzt noch die hier oben. Der soll das Lager machen. Und der soll hier die Mine errichten. Ja. Kommen wir zum Kriegsgeschehen. Gleich mal hier oben anfangen. Bei Guangzhou. Wie machen wir denn das? Ähm, wir gehen mal ein bisschen auf Entdeckungstour. Gucken wir noch mal, was ist. Sie lauert hier was auf dem Ozean. Da nicht. Da nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Also, er muss irgendwo dann wahrscheinlich hier unten. Entweder, komisch, mit zwei Fregatten. Dann ist es Ablenkungsmanöver. Dann will er nicht, dass er hier... Also, wir müssen die Fregatten vernichten. Die Fregatten sind essentiell wichtig, dass wir sie vernichten. Sorgen wir für eine schöne Formation. Also, den dorthin. Den dorthin. Und diesen dorthin. Und unseren Dreierschuss ganz nach hinten. Zusammen mit dem Admiral. Und dann fangen wir an. Beschuss. Oh, 40. Das ist gut. Und Beschuss mit dem Dreier. Zack. 32. Und jetzt sind er nur noch 28. Und das passt sogar hier. Und Beschuss. Und weg ist er. 28 Gold. Das kriege ich auch noch dazu. Wunderbar. Und noch einmal Beschuss hier drauf. Ah, nur 30. Okay. Gut. Aber der ist auch schon mal 30 runter. Dann ist das schon mal ziemlich übel für ihn. Die eine ziehen wir jetzt hier noch ran, damit die Schiffe hier zusammen sind und alle agieren können. Und jetzt können wir nochmal loslegen und hier den Tribok beschießen. 29 Schaden. Und er kriegt aber nur 23. Schade. Was machen wir hier bei Texcoco? Ein bisschen spionieren. Zack. Zack. Immer noch keine Fregatten. Drei. Vier. Ist nix. Okay. Gut. Zurück auf Position. Einheiten blockieren. Ihnen verunsichern, dass hier Schiffe sind draußen auf See, weil hier 1, 2 blockiert sind. Und er kann sie ja nicht sehen, weil er keine Schiffe hat. Nur wenn er ein Schiff hat, kann er es sehen. Hm. Okay. Die Einheiten hier oben bei Bukarest. Ja. Die wollen wir auch in Position bringen. 1, 2, 3. Ups. Eine. Eine Galee. Eine Galere. Eine Galee. Und links, rechts davon. Irgendwer wird schon auf Bukarests Gelandfläche ankommen. Ja. Zu bauen gibt es auch noch was. In Delphi ist jetzt das Aquädukt fertig. Also, wir haben so wenig Geld. Wir bauen den Markt. Und ich glaube fast, damit sind wir auch schon gut zu Ende. Jetzt könnten wir hier den Barbaren nochmal angreifen. Zack. Und kriegen sogar ziemlich viel Schaden auf ihn. 45. Sehr gut. Joa. Bleibt uns nur noch zu sagen. Nochmal upgraden. Nochmal upgraden. Verschanzen. Und unsere netten Schiffchen hier. Schicken wir in Richtung ein paar Warenlager da unten. Dann können sie nämlich gleich mal ein paar Schüsse nochmal üben. Vielleicht kann man hier unten ja auch drumherum fahren. Das wäre sogar gar nicht schlecht. Der kann hier verschanzen. Und Tyrus fordere ich Tribut. Das habe ich dann wieder raus, wenn ich das Barbarenlager weggekillt habe. So. London fehlt noch. Keinerlei Angriffe bei London. Einheit hat sich verzogen hier. Ja. Der Rest ist absolut nichts hierbei. Bei London. Gut. Dann können wir hier oben den Wald abholzen. Und die anderen Einheiten hier können wir verschanzen. Äh. Und hier die Pikeniere. So. Und so. Rücken wir einfach mal ein bisschen vor. Und ihr seht schon, ich war beim letzten Mal ein bisschen vorsichtiger, als ich es gezeigt habe. Der Admiral, der General war nämlich schon auf diesem Feld. War ein Risiko von mir. Jetzt brauchen wir noch unsere Freunde hier bei Guangzhou. Brauchen Unterstützung. Schicken wir denen doch diese Fregatten und schön langsam hier in der Küste entlang fahren. Vielleicht gibt es da was zu beschießen. Nein. Na gut, dann kann der auch schneller darüber. So. Warten wir nicht, bis der voll geheilt ist. Und last but not least, ein Missionar hier. Ab in Richtung Tyrus. Hier unten sieben Felder. Sieben Runden, dann ist er da. Gibt es wieder Geld. Diesen hier habe ich ja schon ins Wasser gesetzt. Und ich glaube, damit sind wir jetzt endgültig am Ende dieser Runde angelangt. Wir gucken jetzt auf unseren Spion. In einer Runde kann ich in Vancouver, kriege ich die Wahlmöglichkeit, Wahlmanipulation. Demografie. Nahrungsmitteltechnisch bin ich vorne. Fertig warenmäßig ist Q Aladin ganz schön weit vorne. Geldmäßig übrigens auch. Also der zieht da gut ab. Der hat ein goldenes Zeitalter und trotzdem zieht er gut ab. Der hat wahrscheinlich überall enorm guten Wachstum. Ne, er hat überall enorm gute Produktionsquellen, weil er halt der Hunne ist. Der Hunne kann halt gut produzieren wegen den ganzen Weiden, die überall sind. Hat er überall immer regelmäßig mehr Produktion. Und natürlich ein goldenes Zeitalter. Das relativiert sich wahrscheinlich, wenn das goldene Zeitalter weg ist. Forschungsmäßig falle ich weiterhin zurück. Ich bin jetzt auf Platz 3. Ich habe halt das lange Navigation geforscht und forsche jetzt halt Ritterlichkeit. Und danach gucken wir mal nach Bankwesen und mal gucken, was ich sonst noch so forschen kann. Jo. Was hat Q Aladin derweil geforscht? Astronomie hatte er das letzte Mal. Und er hat jetzt auch die Physik geforscht. 487 nur noch. Damit der auch. Damit, äh... Ja. Er sollte sehen, dass er Navigation forscht. Ich habe ihm da mal ein paar Worte geschrieben. Wir brauchen die Schiffe von ihm. Ich bin nämlich hier auch ordentlich am Schiffe raushauen. Da nochmal zwei. Und mal schauen, was in London passiert, nachdem ich die Begleitkraft fertiggestellt habe. Ob da ein Hafen kommt oder ob dann auch noch ein paar Schiffe kommen. Werden wir dann sehen. Das wäre es dann aber auch. Und jetzt gebe ich ab in Runde 130, die dann irgendwann in der nächsten Zeit kommt. Bis denne. Helas. Vielen Dank.